Musik 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 Yo YouTube Cracker hier und herzlich willkommen zu Map Nummer 3 Frost Also von dem neuen Map pack Apokalypse in Black Ops 2 Die trägt den Namen Frost Diese Map Spiele mit der Lizenz Jaguar 0 88 No Racist Also wie der Name Frost sagt ja schon aus Eine Windermap So siehts auch gerade aus Ich hab die noch nie gezockt Ja Hoffentlich kassier ich nicht Gerade eben eine schöne 1-2-Nicker Streaker plus Feindaufgabe Aber es wäre eigentlich wurscht gewesen Denn das Match war schon am Ende Jawoll Ich hoffe dass ich die Runde wieder etwas Gutes erspielt Die Panzer Killer Drohne eingesetzt Wir haben Charlie verloren Die Drohne steht bereit Die Drohne näher zu Die Konter Drohne in Bereitschaft Die Drohne ist dann mit einem Der S По Jawoll Jein Das gibt es doch gar nicht Mann Warum wollte ich die Waffe aufheben Ist der da im Haus? Ja, der ist da im Haus Nein, doch nicht Mein, ach Kacke Patrick hätte es auch früh killen können Komm, komm Waffe leer Ladung unterlegst Bindesicherheitsabwehr Das gibt es doch gar nicht Der frisst mein C4 plus meine Schüsse Nein, die Map sieht aber auch ganz nice aus Also bei der einen Map Hab ich gehört Das wäre irgendwie ein Remake von Stadium Da freue ich mich schon drauf, wenn die kommt Komm Komm Boah Das war knapp Komm, 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 komm Die Gegner Package Die Gegner Zieh, zieh Krieger, zieh Drohne nähert sich Verbündete Hunter Killer Drohne Eingesetzt Verbündete Drohne nähert sich Koordinaten für den Schlag entgangen Die Befurt Sind die jetzt hin? Konter Drohne nähert sich Orbitalsatellite erwartet Befehle Ey, das läuft doch eigentlich ganz gut, ey Boah, Patrick, mit dem zock ich öfter Nein Jetzt klausel mir die Kills Das hab ich mir jetzt anders überlegt Jawohl, Dribble Cap Schön, dass ich kleine Parts hab und ich zu viel hochladen muss Die Drohne steht bereit Die Verbündete Drohne nähert sich Der Toastringer läuft warm Die Konter Drohne nähert sich Die Drohne nähert sich Die Panzer Killer Drohne eingesetzt Wieder 10er Streak Komm, Blünderer Package, Blünderer Package Boah, die spawnen hinten bei A Ey, schon wieder einer, wo so komisch springt Kurz vor Orbital, man Ah, okay, die kommen dort Kann man hier drüber? Ah, zwei, nice Wenn man da drüber könnte Jawohl, C Pack schon Kill Zie, 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 zie Nein Ah, egal Also ich finde die Map ganz nice Muss ich ehrlich sagen Schreibt Wieder Abschlusskamera Schreibt in die Kommentare Wie ihr diese Map findet Wir werden kommentieren Nicht vergessen Abonnieren Ich bin raus Ah, ey, ey Sorry, Leute Check dir, das wäre die zweite Runde Oh mein Gott, war das jetzt Das war jetzt peinlich Das war ja noch peinlich Egal, ist aber gut Kannst du euch noch ein bisschen mehr zeigen Lauf ich diesmal so rum Fuck Läuft der hier hin lang? Boah, ist das jemand? Boah Ich hab's gewusst Aber er auch gewusst Drohne eingesetzt Bravo wird gesichert Oh ja Nein Ey Immer wenn ich Waffe aufhebe Immer wenn ich Waffe aufhebe Wo kommt die jetzt? Hier Die Arten, die rockt man Die rock'n'roll die Waffe BAM BITCH LEAVE CRAGER GOING GOES HUN MEG Nein Ghost Ja Ghost Ich hab's gewusst Kurz vor Orbi wieder Wenn ich Flagge eingenommen habe Spätestens hätte ich den gehabt Ja, im Orbi Was sind die? Oben, unten, oben, rechts, links Wo ist das einer? Nein Höh Brauchen wir schnell voll in der Hand Loll Na Lalalalalala Ey Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Kaka Fuck egal Nein Wir verlieren Alpha Alle Flaggen gesichert Positionen halten Wo kommen die Gegner? Oh, schießt Schießt der Patrick hin Was ist mit dir, Patrick? Ja, jetzt ist es vorbei Jetzt ist Match vorbei Leute Wir werden kommt hier nicht vergessen Schreibt in die Kommentare Wie ihr diese Map findet Ah, okay, gut Aber ein Gegner Sorry Patrick Ich hab alle zurück Ich verabschiede mich mit einem 34 zu 9 Haut rein Euer Crager Ich einfachheard Ich bin da Ich bin da